Vom Mitarbeiter-Kongress, dass ich viele coole neue Leute kennenlerne und vernünftig auf das Christmasville und meine Aufgaben dort vorbereitet werde. Ich erhoffe mir coole Impulse. Ich erhoffe mir voll coole Mitarbeiter und dass man schon sieht, dass anhand der Mitarbeiter dieses Festivals eine Megabombe wird. Mich begeistert dieser Zusammenschluss aus total vielen Vereinen und jungen Leuten. Ich finde das klasse, wie tausende Leute zusammenkommen, um Jesus zu feiern. Das finde ich riesig. Mich begeistert für das Christmasville, dass es so verschiedene viele Projekte gibt für Jugendliche, also verschiedene Hallen in unterschiedlichen Uhrzeiten, viele Seminare, Barcamps, alles mögliche und man kann sich das rauspicken, was man eigentlich will. Ich erhoffe mir für die Teilnehmer, dass sie neu inspiriert werden für ihre Jugendgruppen, für die Studentengruppen, für ihren Arbeitsalltag und dass sie Bock haben, mit Jesus zu leben, wenn sie noch nicht so Lust haben und dass, wenn sie vielleicht schon mal ihr Leben Jesus gegeben haben, dass ihre Leidenschaft neu entfacht wird, dass es echt von einem kleinen Funken zu einem Lagefeuer wird, das laut brutzelt und hell scheint und dass diese Feuer in unser Land rausgehen und andere anstrengen. Meine Gaben, mein Einsatz, mein Festival. Ok. Alles, classroom-Videos. 疫情. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020